Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen und den nordrhein-westfälischen Grünen einen besonderen Beitrag leisten können zur Nachhaltigkeitstransformation. Weil das hier die Region ist, in der die alte Industrie beheimatet ist und wir viele der Übergänge von der alten Industriegesellschaft in eine nachhaltige Gesellschaft, die weltweit geleistet werden müssen, die können wir hier in Nordrhein-Westfalen beispielhaft aufzeigen. Und deswegen haben Grüne in Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen insgesamt hier eine besondere Verantwortung, aber auch eine tolle Chance zu zeigen, wie nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft wirklich gelingen kann.